Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grim Takes, das Vermächtnis. So, hier sind wir in der letzten Folge stehen geblieben mit Freuden. Ne? So, jetzt machen wir nämlich erstmal das hier nämlich weiter. Das ist so. Das ist nicht so schlimm. Nein, böse. Nochmal böse. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Ja, das hat dann doch nicht ganz so geklappt, jetzt wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm. Ähm. Die kriegst erzüglich nicht mehr raus. Das heißt, nochmal von vorne würde ich sagen, den Tisch schieben wir einfach mal wieder nach oben so bla 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 zack den machen wir wieder so so nein ja so so nein nein da war ich wieder ganz übereifrig so der wird dann zum Schluss weggeschoben so dann krieg ich den da jetzt nämlich schon mal hoch der kriegt der geht nach da ja so weit haben wir es schon mal so ja ja Rätsel Nummer 2 gelöst super was ist das hier Feuer hab ich was für Feuer nein ich hab noch gar nichts für Feuer fällt mir dabei auf nee gut dann müssen wir erst mal das hier lösen ach ja das war ja das was ich so liebend gerne mochte ne weißt du was den schicken wir mal ganz kurz darüber das brückt mir schon mal gar nichts so ich würde ganz gerne erstmal so den einfach mal ablegen so 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 jetzt bin ich ja hier erstmal in der Mitte jo ja ja ich würde ja ganz gerne mal ohne Stein nach hier oben kommen weißt du weißt du so 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 das lassen wir erstmal dort ich würde ja gern dieses Rätsel hier überspringen aber dann hat man immer das Geheule dass äh du hast das übersprungen das ist doof ich weiß nicht jetzt wieder wie die Lösung geht heißt das ist nämlich dann immer auch ein bisschen nervig so da komme ich ja dann immer noch so umrund drum herum ne das ist ja ganz gut so so und jetzt jetzt ja 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 schön ich weiß jetzt hier nicht wie ich das jetzt schieben soll damit das passt so hm 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 dies ist eine gute Frage ne hm 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 ja 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 ich sorry wenn ich gerade ein bisschen wenig mache ich mach das nochmal kurz weg nein stein das ist schon mal der erste stein das ist schon mal der erste stein das ist schon mal der erste stein so das war doof und jetzt komme ich hier nämlich auch so durch und kann erst einmal den hier an meinen wunschplatz verschieben und den der muss da bleiben ah das ist toll jetzt muss der wieder ganz rumlaufen wo ich die jetzt nach unten schiebe so jetzt habe ich mich nämlich eingebaut Der noch mal bitte einen zurück. So. Aha. So. So. Das ist schon mal fertig. Einigermaßen. Hm. Ich muss hier oben nur jetzt irgendwie wieder rauskommen. Meister. Fangen wir bitte nochmal neu an. So. So. So, da schieben wir einfach mal kurz einen rein. Ach, bin ich schlau, jetzt habe ich wieder genau das gleiche Problem, was ich nämlich nicht haben wollte. Das war doof. Das war auch doof. So, nein, so. Der muss da ja erstmal rein, wenn ich da überhaupt rauskomme. So, du einmal komplett nach unten. Du auch nochmal einmal zurück. So. 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 Der muss dann da einmal rüber wieder, bla bla bla, genauso wie der andere auch. So. 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 So, ich geh einmal hier so komplett einmal rum. Den krieg ich da auch nie wieder raus. Hm. Das ist ja dann doch doof. Das war auch doof. Ich glaub, der ist da gar nicht so falsch. Nein, eins zu weit. So. Oh, Mann, ey. Aha. Hm, hm. Nein. Okay, dieses Spiel ist mal wieder doof. Das ärgert mich. Nein. So. So. Das haben wir schon mal so weit. Gefällt mir zwar noch nicht wirklich, aber... Anders geht's ja anscheinend nicht. Das tue ich jetzt lieber nicht. So. So. Nee, das bringt auch nix. Hm. Ist einer Zeit, dass... Nicht zu tun. Aber ich gehe da einfach mal ganz kurz raus, weil ich kann dieses Spiel nicht mehr sehen. So, gehen wir einfach mal einmal zurück. Ich muss ja auch noch Feuer finden. Ist hier irgendwas, was Feuer macht? Nein. Kriege ich hier irgendwo auch noch Feuer her? Eventuell. Ich möchte wissen, wo ich das Feuer herkriege. Schon mal verlassen. Andere Rätsel. Ich weiß nicht, wo ich... Wo habe ich noch nicht gesucht. Geht zur Zellentür. Im... Polterra unter dem Springbrun. Ja, dort befindet sich kein Schluss mit Luftsymbol. Darauf öffnet es. Öffne es mit den Fächer. Haben wir. Hier. Da war das Luftsymbol. Fächer haben wir nämlich nicht mehr. Haben wir gemacht. Ne? Wir haben aber nichts für Feuer. Wenn wir was für Feuer hätten, wäre das ja gar nicht so schwer. Hm. Tür. Das hier ist ja immer noch das Luftsymbol. Das ist echt voll blöd. Da habe ich gerade voll ins Mikro gekommen. Falls man es gehört hat. Wenn nicht, habt ihr Glück gehabt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt schieben soll. Damit erstmal warten wir mal. So. Das war doof. So. Ups. Die kriege ich da schon wieder raus. Das klappt schon. Hoffe ich mal. Hm. Ja. Ich werde das da nie wegkriegen. Das geht gar nicht. Hm. Ich hasse dieses Spiel. Äh. Nicht das komplette Spiel. Ich hasse nur das hier jetzt gerade, was wir jetzt machen. Soll ich... Das krieg ich irgendwie nicht hin. Soll ich das einfach lösen? Soll ich oder soll ich nicht? Ich würde eher sagen, nein. Will ich euch auch gar nicht lösen. Aber ich würde sagen, diese Folge ist dann jetzt erstmal ein bisschen kürzer. Weil ich kann gerade dieses da, das was wir jetzt gerade spielen hier, das kann ich erstmal nicht mehr sehen. Und ich weiß auch noch nicht, wo das Feuer ist. Also... Ich würde sagen, wir sind zur nächsten Folge von Grim Tales. Sie ist jetzt, glaube ich, ungefähr anderthalb Minuten kürzer die Folge. Aber bis zur nächsten Folge von Grim Tales. Das Vermächtnis. Tschau. Tschau. Jakob.